Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hinwolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. Ja, ja, die Sprüche kennen wir schon. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Genieße jeden Tag, als könnte es dein letzter sein. Wenn man dir die Flasche Wasser gibt, dann mache daraus Wein. Doch Regel Nummer eins, das weißt du ganz genau. Denn du hast damals aufgepasst und bist super schlau. Ist so einfach und richtig und gilt für alle Zeit. Give never up a fight. 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 Der Secondly, der ONE Löwen ist verdammt. Die Kronischent die Team sind die Champion und die Bestegs. Die Kronische, die Team sind die Champion und die Bestegs. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.